Ja, guten Morgen, liebe Jensi-Fans. Wir befinden uns hier in einem Superkisee, Besatz, Hecht, Forelle, Barsch. Ich möchte es heute mal mit einer leichten Spinnrute probieren und meinem geheimen Geheimköder. Das ist der Phantom F-Spinner von Jensi, der hier, der mir schon so die ein oder andere schöne Forelle gebracht hat. Bombenköder. Wir wollen mal schauen, ob ich heute Glück habe. Ja, der Köder macht eine super Aktion. Die letzten Meter muss ich immer ein bisschen schneller einkurbeln, sonst hängt er im Kraut. Was soll ich sagen? Der geheime Geheimköder hat Fisch gebracht. Und zwar eine wunderbare, ganz toll gezeichnete Regenbogenforelle. Super Fisch, Bombensache, super Drill, 0,9er Schnur, geflochten. Ganz andere Spitze. Super Fisch. Super Fisch. Super Fisch. Super Fisch. Super Fisch. Super Fisch. My suffering, suffering, all my suffering All my suffering, all my suffering Her face is like an angel unknown But how can I compete when I am the devil? I give you all the badness you need You go back to her sated while here I bleed Won't you just relieve my suffering Suffering, all my suffering My suffering, all my suffering My suffering, all my suffering My suffering Ja, die Ausrüstung ist denkbar einfach Mitsuki Kai-Zu Speedbait mit einem Wurfgewicht von 5 bis 20 Gramm Die Route ist 2,70 lang, weiche Aktion, schneller Blank Super Dann natürlich hier der geheime Geheimköder nochmal Und dann wollen wir mal gucken, ob noch eine anbeißt Die Route ist 3,70 lang, weiche Aktion Die Route ist 3,70 lang, weiche Aktion Die Route ist 3,70 lang, weiche Aktion Die Route ist 2,70 lang, weiche Aktion Die Route ist 3,70 lang, weicheenobl Seiten Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020